ich komme zur folge 19 auf der hof bergmann wie war das schon ist mit dem schwadern fertig ist dann können wir das schon die sähmaschine dranhängen oder nee im fiat geht es ja nicht im fiat können wir sie gar nicht hängen die sähmaschine und ich brauchte den tank vorne mit dem tank ist alles nicht so geil also ein bisschen die sähmaschine die ist nicht nicht so das wahre also also dass keine vier meter gibt es ist die einzigste was will ich mit der ist ja nichts gescheites belegen könnte man sich ne wie viel gibt es denn für die andere noch weil wir haben eigentlich die felder eh noch im haus 18.000 brauchen wir sind kredit vorteil ist halt die dünkt auch mit glaube ich dünkt sogar mit die andere die kommt weg ja weg kredit was wir haben mit dem kredit der war ja müssen wir jetzt zurückzahlen ne die gelegenheit erreichen noch ein fünfer ne so ran ein gutes stück hier setzen wir das zurück wenn wir das alles wenn wir das runter fahren und blablabla und dralalala und äh dann kommen wir so nix rücksetzen ey der aber fertig ist der noch nicht oder ne da oben muss er noch machen oh ja da oben noch richtig viel warte noch ein bisschen gut machen wir den irgendwie mit der ballettengabe dass wir die mal auffüllen können dann ne viert von dran die anderen sind ja eh auf dem feld fennst sammelt ein der 6m schwadet 18 den tiefen langer und der andere pflügt noch meine meine nein die sind grad fertig geworden ich habe nämlich hier nach dem feld geschickt dass es mal ein bisschen schneller geht gut sind grad fertig geworden das ist fast so da ja ich bin ich bin ich bin nämlich weg fahren oder wenigstens auf die seite fahren und die hinstellen ich bin ich bin im einzelnen ist er perfekt hat schöne breite reifen drauf ne das ist ja eigentlich ich kann mir eigentlich zwillinge drauf machen die zu die 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 dann wir Hallo? Warte, warte. Ach, nee. Brauchen wir ja gar nicht. Man kann das ja. Mit einer geilen Maus, ne? Das ist halt richtig gut. Man kann nämlich mal eine Maus, halt ein Sperren. Und dann, ähm, kann ich das grad anstupsen und dann rollt es richtig lang von alleine weiter. Ich hab meine Maus mega. Also wenn du eine gute Maus brauchst, Logitech G903 kostet 160 Euro. Aber die ist echt. Komm mir die Maus. Die ist echt braun, ne? Oh, jetzt hat's. Geht's auch. Ja, wir können dann. Ich hab meine Maus einfach nicht. Ja. Ich hab meine Maus. Ja, wir können dann. Und dann wird ihnen hier, Und dann wiederholfen, weil ich mir das! Ja, wir tun zur Haust hier. Ja, wir tun sie. Ja, wir tun das. Also wenn du die Maus. Ich bin dann. Ja, wir tun sie jetzt. Ja, wir tun sie. Ja, wir tun sie. Ich bin ja und wir tun sie. Ja, wir tun sie. Ja, wir tun sie. Ja, wir tun sie. voll ich bin nicht voll dieser zoom und die plexigke ich auch nicht noch mal ich bin jetzt auch mal jenig wir haben eine eigene produktion aber da kommen ja leider dieses Big Packs raus, na gut hier sind auch Schweinefutter nice, brauchen wir zwar nicht haben wir da, ne ach, da oben ist ja noch ein anderer Greifer na gut können wir noch einen anderen Greifer nehmen das ist speziell dafür holen So, jetzt halt. Hier gibt's auch keine Anzeige. Ah, komisch. Egal. So. Können wir den nicht mal aus Feld schicken. Was sehen wir da rein? Aus Feld. Können wir eigentlich mal den D ausprobieren. Ist ja nicht so ein großes Feld. Können wir mal ausprobieren. Der Fiat, ne? Der macht was. Oh, bei der Wendekreis. Katastrophe. Katastrophe. Ah, das geht ja gar nicht. Yo, dankeschön. Idiot. Fahrhals. Bei so weit sind unsere Felder ja gar nicht auseinander. Das geht eigentlich mit der Sehmaschine. Einfach nur das Feld, das im Weizenweg ist, einsehen. Nee. Da müssen wir ja nie wieder hinwerden. Ich finde... Aber ich ruf's mal. Ne. Hm. Werden wir 6. Na gut. Da kann man auch irgendwie hin. Also das ist jetzt nicht das Problem. Läuft. Helfer einstellen. Wie immer. Geht's. Hier. Chaosen müssen wir mal auflösen. Den kann man wegfahren. Da kann man mit dem Jodieren da ein bisschen nacharbeiten. Ne. Brauchen wir eigentlich gar nicht, weil dieses Sehmasch... ist meiner Meinung nach direkt sart. Ja. Aber ich guber doch lieber vorher nochmal davor. Das ist... Das ist mir lieber. Nein, da muss es nicht, aber... Ich guber doch lieber nach der Fahrt. Ach, nur das muss man gucken. Vielleicht sehe ich auch direkt einen. Das ist noch nicht. Ich glaube, ich wollte ja auch noch einsteigen. Da müssen wir jeden Tag drüber nachflügen. Von daher... Da kann ich mal wieder ein bisschen putzen. Das sieht ja grausam aus. Boah, der hat ja mal blau vorher. Wahnsinn. Mal nicht mehr gesehen. Oh, der hat ja auch schon ein paar abnutzungsspuren. Alter. Was ist da los? Was ist da los? Wie krass ist denn der abnutzungsspurenne? Wie krass ist denn der abnutzungsspurenne? Na gut. Äh, ne. Der Tank ist leer, aber so arg runtergeschrubbt ist er eigentlich noch nicht. Das war da nicht so viel geschafft jetzt, aber... Da haben wir ja eine Schweine-Stelle stellen, da wurde ich keiner. Da hatte ich... Da hatte ich... Laden zu, ne. Oh. Oh. Das ist krass. Dass er das einfach alles so macht. Ganz schlecht. Aber das war's von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen ist, gebt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen und dann ihr besser sagt in der Folge. Tschüss.